Der Basketballclub der TECO Mittelschule. Ein unvorstellbar starkes Team mit über 100 Mitgliedern und drei aufeinanderfolgenden Meisterschaftssiegen. Diesen hervorragenden Rekord stellte eine Gruppe von fünf Ausnahmetalenten auf, die als die Wundergeneration bekannt ist. Shirts ausziehen! Was? Wozu? Die Wundergeneration. Er war in diesem Spitzentrieb. Wieso kann ich mich nur nicht an das Gesicht des jungen Wunderkindes erinnern? Und der andere Typ kommt gerade erst aus Amerika. Die neuen Erstklässler könnten echt was drauf haben. Es steht. Ich werde Japans bester Spieler. Ich mache sie alle fertig. Aaaaaaah! Willst du dich mit mir anlegen? Was soll der Scheiß? Dein Anschluss. Du bist mit mir anlegen? Ich bin mit dir. Ich bin mit mir anlegen? Und du bist mit mir anlegen? Ja! ARD Text im Auftrag von Funk